Heyo Leute, was geht? Heute gibt's ne Folge Due Process. Das Game ist so ungefähr wie CSGO oder Valorant. Es gibt halt ein Team, das verteidigt und ein Team, das angreift und halt eine Bome, die man entschärfen muss. Aber es gibt einen großen Unterschied und zwar, dass bei Due Process die Map immer anders ist. Also sie wird immer random generiert und man kann mit fast allem auf dieser Map interagieren. Es gibt Türen, die man aufschieben kann, es gibt Schleusen, die man an- und ausmacht. Man kann das Licht ausmachen. Man kann einfach das Licht ausmachen. Okay, was ist das? Oh, was? Und das Ganze macht dann das Game halt ein bisschen interessanter, als es sowieso schon ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in die Masse. Let's go! Oh, geht direkt los, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich check gar nichts. Ja, absolut keine Ahnung. Ja, schaff mal, easy. Ach, wir haben es gewonnen. Okay, vielleicht sollte ich doch das Tutorial machen. Cool. Alter, wie geil. Nee, was war ich da? Oh, shit, jetzt geht's los, Alter. Okay, okay. Äh, verteidigen, ne? Wo bin ich? Oh mein Gott, ich hab gar keine Ahnung. Wo bin ich? Schmutz. Setz dich in, Junge. Down. Ich nehme jetzt einfach eine Sniper. Und äh, yeete die einfach von hinten komplett weg. Oh, shit, wrong, wrong Grenade, sorry. FBI, open up! Oh mein Gott. So, welche Map ist das? Das ist... Die Map. Was laber ich da nicht? Die Map sind immer anders, hä? Die sind irgendwo dahinten, ne? Ich hab ne Idee. Was ist jetzt passiert? Hä? Warum bin ich gestorben? Was? Ich hab gar nichts gemacht? Gar nichts! Wir wollten ja faken, aber... Ich bleib einfach hier. Und warte... Bis irgendjemand... Äh, bis die alle da zu den anderen hingehen. Are you sure about that? Oh mein Gott. Der, was machen die? Der eine ist einfach AFK. Oh mein Gott. Multiplayer Games. Ich liebe es. Ein paar Quickscopes werden jetzt hier einfach mal gemacht, Alter. Easy peasy. No, ich hab... Ich hab einfach ein Mate geklickt. Aber ich hab ihn gut gequickscoped. Das musst du nur mehr lassen. Und 3, 2, 1, go. Okay, hat nicht geklappt. Was ist das? Ist die Tat der offenen Tür, oder was? Ich brich dir gar nicht deine Nase. Macht schmack. Okay, Leute, ich hab nen Plan. Und zwar gehen wir nach da hinten. Also wir gehen einfach von da so hier. Und dann springen wir das da auf. Oh mein Gott. Oh, ja, ich versteck mich auf der Toilette. Und warte einfach, bis er da gleich kommt. Oh, warte mal. Es ist noch einer da. Ach, scheiß drauf. So, jetzt noch ne Shotgun. Oh. Ah, chillig. Ja, okay. Alles klar. Ja, ich tu auch meine SMG-Money. Ich hab meine Shotgun rein. Ich hab gehört, das soll extra effektiv sein. Bis dann. Iharem im Übers nostalgic. em im H velger moment.